Und diese Techniken und Übungen, die waren ja für dich wahrscheinlich auch neu. Wie sind die so für dich gewesen? Ja, sie sind sehr einfach gehalten. Das fand ich auch sehr gut an dieser Inka-Tradition. Wobei ich ja schon bei diesem Einsteigerseminar, diesem kostenfreien, diese Energie in dieser Übung, die Hans-Martin mit uns gemacht hat, das war ja schon so der erste Kick so für mich, wo ich gedacht habe, wow, hier ist wirklich eine Energie am Arbeiten. Und das war so der Einstieg für mich oder einer der Entscheidungsgründe, warum ich das Seminar dann letztendlich gemacht habe. Und ja, sie sind einfach, sie sind einfach umzusetzen. Es ist einfach, sie im Alltag auch anzuwenden. Ich komme aus dem Verkauf. Ich habe schon wirklich tolle Sachen erlebt, auch mit Kunden, wo sich das Gespräch, nochmal zur Qualität zurückzukommen, einfach qualitativ verändert oder auch verbessert hat. Also den Zugang zu den Menschen zu bekommen, ist noch einfacher geworden und auch qualitativ besser geworden, harmonischer. Also den Zugang zu den Zugang zu den Zugang zu werden.